Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 15. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 766 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Twint, US-Generalstaatsanwalt, VLC-Player, Windows 7 und Insta-DM. Twint konnte einen Meilenstein vermelden, denn sie haben, nach eigenen Angaben und eigenen Zahlen, die 2 Millionen Nutzerzahlen überschritten zu Beginn von Jahren 2020. Im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, gingen über 5 Millionen Transaktionen pro Monat jeweils über die Twint-App durch. Und ja, schöne Zahlen, wie ich da finde. Und halt immer noch eine tolle Lösung, zumindest schweizweit, aber halt eben nicht für weltweit gedacht. Aktuell, die Ziele für 2020, ist, man möchte die 100-Millionen-Transaktionen abwickeln, man möchte QR-Codes für Rechnung bezahlen, integrieren und so weiter und so fort. Ein paar kleine Features, die sie reinmachen möchten. Ich bin gespannt, wie sich die App weiterentwickeln wird und auch den Nutzen davon. Und ja, wäre es auf jeden Fall in den Augen behalten. In den Staaten geht es weiter mit diesem gesperrten iPhone, der des Soldaten, der drei Leute erschossen hat, in Florida im Dezember. Und da fordert nicht nur das FBI, sondern neu jetzt auch der Generalstaatsanwaltschaft öffentlich Apple auf, dass sie die Daten herausgeben, quasi eine Hintertür einbauen. Und ja, nein, sagt Apple nach wie vor. Und da dürfen wir auch alle froh sein, wenn sie da standhaft bleiben. Ich meine, wenn sie die Daten von Signal und von WhatsApp auslesen möchten, könnten sie ja auch bei denen anklopfen oder nicht. Da müssen wir manchmal vielleicht updaten, ob das nicht auch andersrum gehen würde, als eben nur das iPhone zu öffnen. Weiter geht es mit der VLC-App. Das ist ein sehr beliebter Player, um auf zum Beispiel einem iPhone, auf einem Android oder auf Windows oder auf einem Mac-Computer alle möglichen Videoformate zu konsumieren. Und die hatten bis vor kurzem neben der iOS-App auch eine App für die Apple Watch. Und die ist leider ausgeflogen. Finde ich extrem schade, weil da hatte man so zusätzliche Informationen zu dem, was abgespielt wurde. Man konnte, während man auf dem iPhone was geschaut hat oder auf dem iPad, auf der Uhr ein bisschen in der Mediathek rumsurfen und schauen, was genau man dann noch sehen möchte oder könnte etc. Unschön, dass der Teil weggeflogen ist. Das Problem ist, wie so vielfach, die Unterstützung. Im VLC-Team fehlt aktuell die Ressourcen, um jemanden abzustellen, der die App stabiler macht. Denn die hat zum einen oder anderen Absturz geführt und deshalb hat man sich dafür entschieden, das rauszufliegen lassen. Schade, schade. Nicht schade ist, dass per gestern, dem 14. Januar, Windows 7 zu Ende gegangen ist. Der Support für Windows 7 wurde jetzt endlich eingestellt. Wir hatten es ja schon mehrfach drin. Wer bis jetzt wirklich noch nicht umgestellt hat, ich würde sagen, der soll auch wirklich da bleiben. Und ja, für alle anderen, es gibt Möglichkeiten, wie ihr da wegkommt. Wir werden euch noch ein Video verlinken vom, ähm, 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 genau. Wir hatten ihn im Geek Talk zu Gast. Entschuldige vielmals. Namen sind manchmal so ein Ding. Genau, der Jörg Handle, der hat ein Video dazu gemacht, wie man auch heute noch von Windows 7 kostenlos auf Windows 10 upgraden kann. Das Video werden wir verlinken. Zu guter Letzt Instagram, die testen aktuell Direct Messages im Browser, finde ich ja toll. Ich bin ja gar nicht der Fan von 700 Messenger Funktionen und deshalb, auch aus anderen Gründen nicht so, aber auch deshalb froh, dass Facebook und Instagram die Messaging Geschichten zusammenlegt. Und das hier ist sicherlich nur ein Erster der Schritte, weil den Facebook Messenger gibt es ja schon auf dem Desktop und, ähm, ja, über kurz oder lang werden die den Weg zusammenfinden. Habt ihr in euren Accounts das schon drin? Ich habe einen Instagram Account, den ich das schon über den Browser machen kann. Leider den, den ich zumindest fürs Messaging, mein Gott, das Wort, fürs Nachrichtenverschicken nicht gebrauche. Aber ja, mal schauen. Vielleicht kommen die anderen ja bald nach. Das war's mit den Neuigkeiten für heute. Euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, morgen wieder, pünktlich, dann hoffentlich wieder um 4 Uhr. In diesem Sinn, euer Pokipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.